Was ist die Chance für ein Koffer? Äh. Hey Jungs, wir schmeißen uns die Spiele um. Das ist ja vom Zusehen schlecht. Ey, guck mal wie schnell das Teil geht. Boah, nee, 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 da geh ich nicht rein. Ohne mich. Ey, guck das mal an. Ich meine, das ist ja ein Bauzimmer. Wegen da wegen den Bäumen und wegen der Hecke und da wegen der Schuppe. Ey, die spielen Scooter. Das ist falsch. Großaufnahme. Jetzt geht's Rückfield. Ich möchte auch nicht wissen, wie die gleich aussehen, wenn die rauskommen. Mhm. Ich würde die Arne schreien. Oh ja. Die haben hier oben. Wie schauen sie hier vorne ständig aus? Was? Das ist eigentlich nicht... Hä? Das ist eigentlich nicht so konfigiert. Die ganze Zeit die Leute rein im Ausland. O.M.G.A.N.T.E. Turboforce habe ich nicht gesagt? Hopp, hopp, hopp! In der Aufnahme! Für mich wäre es nichts. Nein, nein. Ich geh auch in der Zahl nicht rein. Würde ich da auch nicht reinlassen. 75 Euro. Außer mir ist es total überteuert. 55 Euro für eine Frage. O.M.G. O.M.G. Aber es ist schrecklich. Ja, doch. Ein paar haben gerade geschmissen. Aber es ist laut. Das kann so schön ja eigentlich gar nichts sein. 5 Euro. Einmal da rein. Eine Fahrt. 5 Euro. 5 Euro. 2 Euro. 11 Euro. 5000 Euro. 7 Euro. 5 Euro. 6 Euro.